Hey Leute, ich bin's Will und willkommen zu einer weiteren Folge Warhoff hier zusammen mit dem Dr. Banks. Hallöchen. Und ich würde sagen, wir joinen mal auf den Server rauf, würde ich sagen. Ja, let's go. Anmelden. Okay. Oh mal ein normaler Start, ohne Creeper, die mich im Duft jagen, ohne Hexen, die mich beschmeißen. Okay Leute, wir sind spontan gejoint bei Any Art of a Servers. Und auch wenn er allein ist und wir eigentlich nicht zwei gegen einen kämpfen wollen, ist es aber trotzdem eine ganz gute Chance, vielleicht doch einen Kampf zu bekommen. Also eins gegen eins ist ja verboten, dürfen wir nicht. Aber man muss halt Glück haben, einfach nur. Aber ja, er meinte ja in seinem Video, dass er only am Spawn rumläuft. Echt? Hat er gesagt, ja, ja. Ich weiß natürlich jetzt nicht inwiefern, ob das wirklich stimmt, aber ich denke mal, er ist im Nether, denke ich einfach mal. Sollen wir mal rein? Komm, würde ich sagen. Gehen wir einfach mal rein, zum ersten Mal hier in der neunten Folge Nether. Okay, Ben, bist du da? Warte, 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 bevor du reingehst. Was? Machen Kessel, machen Kessel vorher. Komm, Kessel, schnell. Ja, und man weiß nie. Okay, da ist eine Kiste, da sind Kisten. Ich war hier noch gar nicht, hab mir das alles noch gar nicht so angeschaut. So, äh... Schau mal, das war in den Anfangskisten, ist ja nicht so nice. Ich hab nicht klug Eisen, Digga. Aber das geht noch schnell hin. Alter, die Kisten, ich hab richtig Angst hier im Spawn. Ich berühre ja gar nichts, du kannst aber wissen. Schau lieber, ob Enyard kommt, ich hab von hinten wirklich angriffen, bedurrt, ey. Ach du Scheiße, die Falle hier. Ja, genau. Ich mach da nur gleich mal den Amboss, ne? Ja. Okay. Oh, vielleicht hat er uns ja gesehen, man weiß nicht. Oh, ich hab den neuen Amboss. Ey, der macht gar keinen Sound, wenn man den craftet, Alter. Okay. Soll ich mal Moin schreiben? Moin. Okay, ja, dann mach auch den Kessel mit einem schönen Wassereimerchen. Da brauch ich drei, sieben, gleich. Kannst du mir noch ein Eisen, äh, zwei Eisen geben? Ich hab nicht so viel Eisen, du, das wird knapp. Okay, ich hab halt nur ein Wassereimer, aber egal. Oder einer reicht ja für den Kessel. Ja, klar. Ja, trotzdem, aber passt. Alles Wasser da oben ist ja richtig scheiße. Okay. Okay, ähm. Jo. Jo, ich hab einen Kessel. Okay. Dann würde ich sagen. Gehen wir gleich mal rein. Den neuen Amboss hab ich auch. Und. Okay, da haben wir eigentlich alles. Essen Holz, hast du Holz? Ja, ich hab Holz, ich hab Holz auch, okay. Dann gehen wir rein in die gute Stube. So. Könnte natürlich sein, dass er jetzt hier wartet, müssen wir vorsichtig sagen. Alter, es leckt. Oh lol, leckt es. Mega, der leckt, Alter. Alter, heilige Scheiße. Aber er ist nicht hier. Ich hab auch eine Falle. Aber das sieht, ah, der sieht in dem Texture-Pack ja richtig kacke aus. Oh Mann, Alter. Okay, lass mal nach... Lass einfach keine Zeit vor, den das irgendwas... Lass zusammenbleiben, ne? Falls einer brennt, Alter, ist der im Arsch. Ja, lass einfach hier ein bisschen, ein bisschen laufen. Ja. Boah, das leckt, Alter. Ich mach mal eine Sichtweite ein bisschen. Oh, hier ist das Ding. Warte. Ich baue das erstmal im Home-Up. Nice. Also hier würde ich nichts abbauen, Phil, ganz ehrlich. Meinst du? Ja. Ja, aber das war versteckt. Das war versteckt. Das hat man fast gar nicht sehen können. Was mach ich mir als nächstes? Ich mach mir als nächstes... Ja, Schärfe 4. Ne, Power 3 werde ich mir als nächstes machen. Ah, da fähre ich doch schon mal weiter. Das warte ich jetzt. Okay. So. Wieso nehmen wir jetzt eigentlich auf und kämpfen nicht, also beziehungsweise versuchen nicht wieder Leute zu snipen? Wir haben heute den Donnerstag, Phil kann am Freitag nicht. Phil, kommst du bitte nach, Alter? Ja, ich... Alter, hier ist mega viel Nether-Quarz, ne? Ich weiß nicht, warum... Wollen wir uns aufteilen? Ne, ne, ne. Das nicht, das nicht. Ja, ne, ja, auch nicht wegen dem, sondern falls einer brennt, das ist so risky hier im Nether. Ja, dann komm mal bitte nach, weil ich stehe jetzt hier rum und mache gar nichts. Ja. Aber hier ist auch nieder Quarz. Ja, und der Phil kann am Freitag nicht. Das heißt, wir könnten Freitag auch niemanden snipen und das heißt, eine müssen wir aufnehmen. Die nächsten beiden Folgen werden wir dann halt wieder verbrauchen, um Leute zu snipen. Was wir ja sehr erfolgreich beim ersten Mal getan haben. Ja, das war nice. Fand ich geil. Alter, hier ist richtig viel noch. Ben, Alter, wir haben unendlich... Ich hab dir gesagt, das ist ja nicht viel. Aber Ben, pass auf, mein Lieber, pass auf. Ich sag dir, wenn einer stirbt, du, kann ich sein. Aber wenn Enyat jetzt einfach so random von hinten kommt. Ja, ja. Ich hab jetzt halt schon 10 Level. Ich weiß nicht genau, es ist ja so, je höher man im Level ist, desto weniger... Ab 16 geht's nicht mehr so weit, also nicht mehr so schnell. Wollen wir jetzt ganz kurz verzaubern? Ja, ja, lass am besten jetzt sofort verzaubern. Okay, kommst du... Wie viel Level das gibt, das ist ja OP, Alter. Ja, ja, das ist echt nice. Ich hab jetzt schon über ein Level gemacht. Ja, das gibt echt viel. Oh ja. Okay, äh, hast du den Tisch? Dann ballere den mal. Ich hab nicht den Zaubertisch. Ach ja, ich hab den. Oh Gott. Aber ich baue das hier noch ab und dann... Kommst du zu... Ja, warte, ich komm gleich mal. Alter, ich hab so... Warum hab ich Schiss jetzt, wenn ich den Lederquartz abbaue, Alter? Ja, weil wegen... Weil wegen dem Fallen, Alter. Ach nee. Aber hier ist eh keine Falle. Okay, gut, dann pass mal auf. Ja. Dann ballere ich hier mal den Andrus hin. Und hier den Versorgungstisch. So, was sollen wir jetzt genau machen? Schutz. Soll ich auf Schutz gehen? Hast du eine Werkbank? I have a... Ähm, ja, hier, bitte. Ja, wow, wie mehr das soll's. Ähm... So, die Frage ist halt jetzt, soll ich auf... Schutz 2? Soll ich auf Schärfe 4... Also wir brauchen auf jeden Fall Verbrennung, ne? Komm, ich mach Schutz 2. Wir haben halt auch leider nicht mehr so viel Eisen, ne? Das ist auch das Problem. That's a problem, man. So, äh, Schutz 2 würde ich mal hier behaupten. Jawohl. Das gönnt man sich schon mal. Ähm... So, was haben wir hier als nächstes? Schutz auch nochmal. Jawohl. So, dann haben wir schon mal eine volle Schutzrüstung. Alles nach... äh... nacheinander. Ähm... Schutz 2? Nein. Ich hab jetzt... Warte. Doch, chill. Also ich hab jetzt schon 13 Level. Ich muss jetzt langsam schon, äh, irgendwas machen, sonst verplante ich das. Okay. Ähm... Was sind denn meine Bücher hier? Da krieg ich halt Schärfe. Ja, aber Bücher brauch ich ja eigentlich nicht. Ich mach mir erst mal Power 3, würde ich sagen. Okay. Ich hab jetzt Full Schutz 2, ne? Hab ich da genug? So. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja, das... Fass ich nicht schlecht an. Sieht auch nicht schlecht aus. Ne, ne, aber ist echt nice. Aber jetzt würde ich sagen, als nächstes... Ja gut, Schutz ist jetzt erstmal... Ja, kann man eigentlich nicht mehr höher so... Irgendwie. Außer halt dann andere Rüstungsteile zusammenlegen, aber... Dann auf jeden Fall Fire Aspect und dann noch den Bogen. So, ich hab Power 3 schon mal. Okay. Das ist nice. Ich hab nur Stärke 1 bisher. Stärke 2 könnte ich mir eigentlich ganz schnell machen. Das kostet ja jetzt nicht so viele Level. Er sollte es halt schon machen, weil man braucht schon einen Bogen eigentlich. Ja. Aber Pfeile dann auch. Wir müssen halt auch alles dann an Gravel so graben, dass wir da... So... Ähm... So, ich kann mir jetzt hier... Boah, ich hab Sticks. Okay, zum Glück. Ähm... Doch, hier hoch kann ich eigentlich. Ah, Mann. Ja. Schüttelfall schon mal. Die Frage ist, was mach ich als nächstes? Also Schärfe 4 dann oder irgendwie Schutz mit den Büchern versuchen. Jupp. So, stärker. Hier ist auch noch mein richtig fettes Vorkommen. Ich sag... 3 Level gibt mir das. Okay. Ich hab so Angst, dass Anyart von hinten kommt, weil er auch in seinem Video gesagt hat, dass er only hier chillt. Er chillt einfach die ganze Zeit im Leder, ohne was zu machen. Du bist es da oben, ne? Ja. Ey, nee. Das ist Anyart. Schnauze. So. Wir lachen noch, Alter. Gleich own du uns beide. Ja, ja. Ich baue mich jetzt hier mal hoch, um das schöne Netherquartz abzubauen. Ach, der wird jetzt gekickt. Ach, zum Glück. Endlich. Mein Gott. Oh, shit. Spielerst du nah? Kann ich gekickt werden? Das wäre aber krass. Da müssten wir ja, dass er hier ist. Das wäre ja krass. Ja, klar. Also zwei gegen eine, hätte ich jetzt nicht so Angst. Aber so alleine, boah. Ja, du, das schon nicht. Oh, bist du? Alter. Machen wir hier keine Angst. So. Fünf Level, sechs Level. Ja, das ist schon eigentlich echt was Schönes zum Farmen, ja. So, ich hab schon wieder neun Level. Nein, I have six Levels. So, dann mach ich hier ein Buch. Komm, dann mach ich nochmal das Schwert hier. Aber wir brauchen feier. Das ist wirklich perfekte Scheiße. So, Schärfe eins, Schärfe eins, Schärfe zwei. Schärfe eins, Schärfe eins, Schärfe zwei. Oh, Ben, das sieht schon wieder stark beschädigt aus, der Amboss. Als ob der so schnell mal kaputt geht. Hast du noch Kohle, Ben? Ja, im Ofen. Okay, hier. Ach so. Ah. Ähm. Der ist jetzt schon aufgestellt. Ja, scheiße, Mann. Ich krieg einfach keine Verbrennung. Ähm. Soll ich lieber Stärke oder Schärfe nehmen? Hast du genug Essen eigentlich? Ich hab jetzt da was rausgenommen. Stärke oder Verbrennung? Hä, was? Oder was? Hast du grad gesagt? Ja, Verbrennung vor allem. Nee, da nehm ich natürlich keine Verbrennung. What the fuck? So, da vorne. Ich brate mal das. Eisen ist im Ofen, ne? Ja, für zwei. Kannst du dir auch mal abholen. Ach man. Brennen tolls an. Auf fünf Level, dann hab ich zwei Schärfe, drei. Aber wie krieg ich jetzt noch da oben ein bisschen was? Ja, wir sollten vielleicht ein bisschen weiter ziehen, weil hier ist nicht mehr so viel. Nee, hier ist echt nicht mehr viel. Hier soll ich mal alles abbauen? Ja, kannst gleich machen. Ähm, aber warte, ein bisschen. Ja, genau. Kannst du Eisen auch rausnehmen, ne? Mitnehmen. Wie kann man das so schnell kaputt gehen, Alter? Das ist doch an wie. Ja, hab ich auch nicht so gedacht. Ich hab gedacht, der hält halt ewig, ne? So. Aber der kann ja, der hat das ja dann instant leicht beschädigt, so. Mittel und stark. So, wo soll man hingehen? Ja, boll du das mal, wenn ich mir das wollte. Oh, shit, der meins auch. Einfach hier rüber graben oder so. Hier runter, okay. Wir müssen halt zurückfinden, ne? Aber das bekommen wir hin. Oh, Ben, fast birchen. Ja, genau, da bist instant tot, man bei der Höhe. So. Jetzt kommt Andy hat gescheuert, zack, zack, 360 ist schon. Alter, warum ist hier ein Huhn im Nether? Was zum Fick? Das geht, es gibt Hühner, so Mini, wenn die spawnen, so Mini-Zombies die auch Hühnern. Da ist alles auch Gravel. Außerdem finden wir immer zurück, wir müssen einfach zu 0,0. Jetzt können wir uns ja trennen, weil jetzt ist ja eh... Ah, nee, lass trotzdem nicht trennen, oder? Oh, du hast ein kleines Gefühl, wo Angst, ne? Ja, genau, ich. Äh, Ben, wo bist du hin? Nach links. Okay. Wie viel hab ich gesagt? Ich brauch fünf Level. Ja, dann hab ich aber zwei Schärfe 3, das bringt mir ja vom Prinzip ja auch nichts. Zwei Schärfe 3, kannst du mir in Schärfe 3 gerne geben. Wie viel braucht man, um Schärfe 3 zusammenzulegen? Das interessiert mich auch. Ich hab jetzt... Gar nicht so toll. Du meinst, Schärfe 2 und Schärfe 2 zusammenzulegen? Nein, Schärfe 3 und Schärfe 3. Hast du das schon? Beide Schärfe 3? Passt, ja. Oha, also du hast zwei Schärfe 3, Schärfe, mein ich. Ja, also jetzt noch nicht, aber... So, ich grab dir ein bisschen XP. Nice. Hey, das ist ja nicht alles ernst. Warte, warte, mein Spitzhack ist kaputt. Nein, meine auch gleich, aber ich hab noch eine parat. So, hier haben wir nochmal ein bisschen... So, dann packen wir hier nochmal... So, dann machen wir nochmal einen zweiten Ofen, da packen wir rein. Alter, man kriegt schon viel, das ist echt nicht schlecht. Ey, du musst mal... Ne, tu mal das Eisen bitte in den... Ofen? Ofen, richtig. Ja. Es dauert halt echt alles lang, so, ne? B-Titel hoch. Ja. Könnte natürlich auch hier sein. Ich brenne das Eisen hier mal, ne? Könnte auch hier sein, das gehört. Ja, ja. There is a good chance. So. Äh, meine Spitzhack, ja, die ist noch ganz... So, das Eisen brennt unten, ne? Hinter dir, Ben. Jo. Warten wir das nochmal. Doch, meine ich, dass ich jetzt irgendwie angegriffen werde. Du hast einen Ambus mitgenommen, ne? Ja, ja, den, der liegt, der hab ich auch schon wieder platziert, der liegt doch da. Achso, kannst du jetzt zu mir runterkommen? Man kriegt halt so unreal Level, alter. What the fuck? Man kriegt ja pro Erz irgendwie so ein Drittel, okay, Drittel ist übertrieben, aber fünftel Level. Das ist echt krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so mega lohnt, ey. By the way, ist das das erste Mal in Varro, dass ich im Nether bin? Ähm, echt? Ja, ich auch. Ja, bei mir auch, ja. Waren wir letztes Jahr nicht im Nether? Ne, ne? Ne. Nice. Oh Gott. Ähm. Okay, dann plötzlich jetzt mal den Armbrust und leg das noch. Kannst du, ja, kannst du das bei den Öfen machen da unten? Sonst musst du wieder... Und wie viel füllen? Ja, ich auch. What the fuck, man? Ich muss auch verzaubern. Aber egal, das kann ich auch in der nächsten Folge machen. 12 Level. 10 Level. Hab 12 Level. Geht eigentlich voll klar, Alter. Brauch nur 5 Level. Aber ich weiß nicht, Amboss... Das Eisen geht halt echt so schnell. Also der Amboss halt so schnell. Da würde ich dann safe noch einen Amboss brauchen, denke ich mal. Und du hast kein Eisen mehr jetzt? Mh, ein bisschen noch. Irgendwann bist du da hingekommen. Achso, da kann man einfach runter springen. Ja. Okay. Komm ich auch gleich nochmal. Kann ich nochmal ein Schwert vielleicht noch ein bisschen haben? Alter, der Fährt hat mir das abgezogen. Oh, das ist schwer. So 10 Level, dann schaffe ich noch Schärfe 4 an diesem... Schaff mal ein Schaffstück. Schaff 4, ist geil. Wie viel kostet das insgesamt? Also bei mir 10. Okay. Bei dir kostet das jetzt natürlich nicht. So, ich baue hier alles ab. Das schaffe ich noch, Alter. Wie viel Zeit haben wir noch? Ähm, 3 Minuten. 2 Minuten. Hab ich safe noch? Alter, Schärfe 4. Nice. Eigentlich notgedrungen. Eigentlich wollten wir so eine Folge gar nicht machen, aber na gut. Okay, Ben, hä, wo bist du? Ich bin unter dir. Hab ich den Amboss noch nicht? Hab ich den Schaffstück? Okay, ich habe jetzt 16 Level. Hä? Ich sehe dich gar nicht, ne? Äh, ich sehe dich nicht. What the fuck? Ähm. Komm durch hoch. Okay. Aus mich geht der Amboss nicht wieder. So. Alles Eisen ist fertig bei mir. Es reicht nicht ganz für den Amboss. Ja, ich habe ja noch Eisen, glaube ich. Okay. Gehe ich mal weiter nach vorne. Ich habe 16. Aber ich muss halt auch noch zusammenlegen, aber das dürfte auch reichen, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass der nicht kaputt geht, nachdem ich zusammengelegt habe. Löffel uns den Schärfe 3, Schärfe 3. Er ist kaputt. What the fuck? Wie schnell geht der kaputt, Alter? Oh shit, du hast aber noch Eisen. Ich habe, ja, ich habe sogar vier. Okay. Ich habe noch neun. Neun Eisen? Ja. Ja, das ist ja nicht mehr so viel. Aber du hast ja keinen Amboss mehr. Aber reicht für einen Amboss, oder? Ja, ich habe 26. Aber das ist dann auch der letzte Scheiße, ne? Hast du einen Amboss? Na gut, aber viel zusammenlegen können wir ja nicht mehr. Höchstens rüstungsmäßig noch. Aber Verbrennung habe ich halt immer noch nicht, ne? Ja, ich auch nicht. Rüstung brauche ich jetzt erstmal nichts mehr zusammenlegen. Hast du komplett schluss 2 schon? Ja, habe ich gemacht. Okay. Und wir brauchen halt Verbrennung, das ist so P, Alter. Was bringt dir die DIA-Teile, wenn du halt keine Verbrennung hast? Ja, ja, ach ne. Das ist echt scheiße. Da haben die anderen vielleicht zwei DIA-Teile weniger, aber wenn sie Verbrennung haben, dann ficken sie uns da draußen. Ja, haben wir auch schon mal einen Test gemacht und so. Ja, also Verbrennung macht ungefähr zwei DIA-Teile aus. Also so, klar, das ist jetzt keine Wissenschaft oder so, aber wir haben es ungefähr ausprobiert und ungefähr zwei DIA-Teile. Der ist ungefähr even mit jemandem, der Full-DIA hat, aber dafür keine Verbrennung. Und mit gleicher Schärfe und so natürlich. Okay, Ben. Ich komme gleich zu dir hoch, ne? Ja, ich bin schon ein bisschen weiter weg jetzt, aber... So, die Folge müsste auch jeden Moment zu Ende sein. Gleich kommt 30 Sekunden. Ich habe schon wieder 10 Level, ne? Ich war gerade auf 0. Okay. Ja, da kommt es auch schon. So, ganz kurz noch das abbauen. Ja, bei mir auch. So, Alter, da gibt es auf jeden Fall echt reichlich. Ich habe ja gedacht, da ist schon alles weg. Okay. Ich sehe dich nicht, aber ist dir auch egal. Alter, das Lava geht so... Das verbreitet sich so richtig schnell, ne? Ich komme mal hoch da, wo du den Kran platziert hast. Ja. Darf ich das noch? Ja, ich bin ja bei so Soul Sand. Okay, ja, ja, ich... Ja, ich sehe dich, ich bin unter dir. Okay, nice, alles klar. Ja, moin. Hier oben. Gut, ich habe jetzt 20 Level, das ist auch nice. Machen wir nochmal nächste Folge. Das war eigentlich eine ganz effiziente Folge, sage ich mal. Das war es zu dieser Folge, Warho, es geht hoffentlich spannend weiter in der nächsten Folge. Abonniert unsere Kanäle, das war es zu diesem Video. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao. Tschüssi.